In der Lehre des Zimmermanns lernt man die verschiedenen Holzarten kennen, die Lagerung und die Bearbeitung. Wir führen aber auch neue Sonnierungs- und Innenausbauarbeiten aus. Wir renovieren auch Altbauten und führen Isolationsarbeiten aus. Nebst Hammeren, Sagen, Schleifen und Nageln kommt auch die Arbeit am Computer nicht zu kurz. Denn wer will ein Haus bauen, muss einen Plan lesen können. Untertitelung des ZDF, 2020